Okay Flo, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Vlog-Video, wie auch immer. Ich bin gerade mit DJ Wash unterwegs. Auf jeden Fall bauen wir heute ein richtig, 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 richtig krasser Wasserrutscher auf. Und dafür brauchen wir Luftmatratzen, eine Wasserpumpe, einen Stromgenerator, Folie. Folie haben wir schon, jetzt fahren wir nach Posten, also holen Luftmatratzen. Wir müssen gleich noch bei TUM abchecken, ob wir einen Stromgenerator ausleihen können, irgendwo. Ich habe gestern bei Instagram gefragt, da haben sich auch wohl einige gemeldet, aber ich habe ein bisschen zu lange geschlafen. Okay. Freunde, da geht die Tür nicht mehr auf, dann muss ich immer eine auf Butler machen. Mach mir die Tür auf. Guck, richtig krass. So können wir auf jeden Fall jetzt den Luftmatratzen. Brom, Brom, voll entfahren, links ein Jäger. Jetzt fahren wir nach TUM. Luftmatratzen haben wir, Folie haben wir, was brauchen wir noch? Leute, die mithelfen. Ja, Leute, die mithelfen. Wir haben gerade bei Instagram gefragt, ob die Leute vorbeikommen. Ich bin immer mal gespannt, wie viele gleich kommen werden. Wir haben jetzt eine Pumpe gekauft, die kostet 45 Euro, teuer. Und noch Anschlüsse, wie teuer sind die? 12 Euro und 20 Euro. Wenn wir jetzt noch einen Notstromaggregat kaufen, das kostet die, wie teuer war das? 140? 160, 140. Das wird mal wieder ein teurer Spaß. Für ein Video, jetzt müssen wir überlegen, ist das die Richtige? Die sieht doch voll aus, oder? Nein, war das die Richtige. Boah, blöd. Das ist für Max auch echt schon, das ist viel, ne? An Gewicht. Das Geld, das Gewicht. So Freunde, wir haben jetzt alles bei TUM gekauft. Wir müssen jetzt nur noch nach Hause, Schläuche und so holen. Das Ganze hat jetzt über 200 Euro gekostet. Das ist auf jeden Fall ein teurer Spaß. Wenn ihr spenden wollt und ein bisschen Spenden liegt, dann könnt ihr spenden. Wir wollen uns vielleicht auch mal einen Block verkaufen. Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause, holen die Schläuche, packen die Kameras ein, mit ein bisschen Nahrung. Und dann trinken. Und dann fahren wir auch schon zum Bergsee. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute da sind und uns helfen werden. So Leute, wir haben jetzt noch so viel gemacht. Wir haben, was haben wir alles eingeladen? Wir haben Schläuche noch von zu Hause geholt, Fleece, Folie. Wir mussten noch für den Generator Benzin tanken, 1 zu 50 Mischungen. Das hat jetzt locker alles nochmal zwei Stunden gedauert. Wir haben jetzt gleich halb vier und wir haben noch nicht mal angefangen. Da könnte man sehen, dass sowas richtig lange dauert. Und jetzt vielleicht müssen wir noch... Nicht, wenn man früh aufsteht. Ja, Leute, jetzt wäre vor aufgestanden, das war irgendwie mies. Wir müssen jetzt gleich erstmal eine Kuhle bauen, die so breit ist wie die Luftmatratzen. Und dann legen wir die Folie da drauf. Leute, wir bauen jetzt auf jeden Fall hier die Wasserrutsche auf. Wir brauchen ein bisschen dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Kamera aufstelle und dass wir Zeit drauf aufhängen. Aber ich denke schon. Wir bauen jetzt erstmal eine Kuh da rein und dann checken wir ab. Wir brauchen eine Kuhle. Gibt euch diesen Burger an uns. Neue Erfindung. Nicht Kevin Döner, Kevin Burger. Mit Pommes einfach. Oh Gott, du hast ja noch richtig vor hier. Ich hab fünf Tücken. Du hast ja richtig vor hier. Ja du, dann isst man in Ruhe, ne? Wie willst du denn du mit deinem anderen? So ist geil hier. Hier, so ist ob du was. Das ist ein Gips? Ja. Das ist doch so heiß. Da wird jetzt sogar... Hier geht's runter, da unten. Wir haben hier ein paar fleißige Helfer am Start. Das sind hier meine Oompa Loompas, Chef. Da unten seht ihr Trockenbautom. Das ist genau... Das ist sein Element hier. Du lauf des Jahrhunderts. Wir erst mal mit mithelfen, du Arschloch. Ich muss filmen, hallo? So, ich geh mal runter zum Ort des Geschehens. Max? Ja. Hättest du mal früher bekämpfen, dass wir auch noch gelutscht haben. Hab's gemacht? Max hat auch noch eins. Eigentlich dumm. Ja, ja. Hier, ich bring euch noch was, Schiffer. Einmal rutscht man hier runter, dann passiert das, Leute. Aber gebt euch das mal, das ist auf jeden Fall eine heftige Entfernung, wenn man jetzt so von hier mal guckt. Da wo Tom jetzt steht, muss man echt da so rüber und das sind gefühlt, das sind wohl 5 Meter. Ja wohl, da wo man aufkommt, doch, das kommt wohl hin. Das ist so anstrengend. Leute, die Grundpipe steht jetzt schon, jetzt müssen wir gleich die Folie hier auslegen, erst so eine Fließfolie, dass die Steine weg sind, dann eine normale Folie. Tom schickt gerade die Pumpe ab. Wir müssen jetzt mal das Wasser hier hochbekommen. Jetzt DJ Rush mit dem Wasserschlauch. Von da ganz unten pumpen wir gerade das Wasser hier hoch, das klappt, hätten wir nicht so gedacht, das klappt einfach. Erstmal dafür einen Daumen da. Jetzt müssen wir jetzt hier die Folie auslegen und dann geht es auch schon ab. Moreno, was machst du da? Pissen oder was? Ich mach den Tom, ne? Den Trockenbauer. Wir holen jetzt Tom. Ja, mach einfach runter. Wow! Auf Tom hier! Jetzt kommt die High-End Folie. Ey, das ist übelst schwer. Ey, das ist übelst schwer. Ey, weg da! Ey, das ist übelst schwer, Digga! Ey, 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 ey! So, die erste Bahn liegt. Jetzt kommt die zweite. Ey, 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 ey! Die Rampe! Leute, das sieht jetzt schon zu krass aus. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin DJ Rush. Patti, Patti und Max wollen eine kleine Challenge drehen. Wir haben hier eine Rolle, die wiegt gefühlt 100.000 Kilo. Und die rollt jetzt hier den riesen Berg runter, wo wir gleich runtersliden wollen. Die Sache ist die, die Rolle wird auf jeden Fall der beschnellen. Und die beiden wollen eine Challenge drehen. Da unten sag mal Hallo! Wer zuletzt weg, wer zuletzt weg springt, wenn die Rolle runterkommt, fliegt voll extrem. Okay, äh, wie heißt du? Jo Henning. Jo Henning, alles klar, hau rein! Tim! Tim, Vorsicht Tim! Ja, so, ähm, ja, war wohl nix, ne, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Props gehen raus an Yo. Willst du noch wen grüßen? Ich düß, äh, grüße Dennis Enns und Christian Sink. Auch Riesen-Props gehen raus heute an, den dicken Tom, weil der heute abnormale Arbeit geleistet hat. Respekt an dich. Und ja, das ist auf jeden Fall die Rutsche extrem. Auf jeden Fall, äh, falls das irgendwer sieht aus Amerika, ne, äh, people are awesome, man. Ne, ihr wisst bescheide, ne? Wir machen nämlich hier was, was echt awesome ist. Patti, Patti, weiß nicht, was er gerade macht. Oh, er holt den polnischen Schlauch raus. Patti da. Patti Schlauch. Oh, das ist die Schlamme hier. So Leute, die Rutsche ist aufgebaut. Von uns hat keiner her da runter zu rutschen, außer Flo. Ihr kennt ihn aus einigen Videos. Und Flo wird da jetzt ehrlich zuerst runter rutschen. Das ist auf jeden Fall, das ist die Todesrutsche, das ist super. Ja, auf jeden Fall. Lassen wir dafür auf jeden Fall schon mal 8000 Likes da. Und Flo jetzt wünscht dir viel Glück, brächt dir nichts. Ich hoffe, ich hoffe. Wenn du voll schief bist, ne? Entweder ziehst du durch, aber du darfst nicht bremsen. Das einzige, was du machen darfst, ist die Matte springen. Okay Flo, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So Freunde, ich weiß, das ist grad richtig mies, dass das Video hier beendet wurde. Aber das Video war zu lang und ihr wisst nicht, was im zweiten Teil passiert. Schaltet morgen um 18 Uhr ein, dann seht ihr, was mit Flo passiert, was mit uns allen passiert ist. Wie krass diese Wasserrutsche abgeht, wir hätten das niemals gedacht. Also Leute, schaltet morgen um Punkt 18 Uhr ein und dann seht ihr, wie der zweite Teil weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Peace. Trockenbauturm macht hier das Wasser weg. Ja, so reicht, ein bisschen würde ich da lassen. Als ob der klar macht. Sobald er fliegt in unsere Rente. Der macht wirklich klar, der macht klar, der macht klar, der macht klar.